so hallo stefan nintendo am start wir hatten ein kleines problem mit der videoszene die ps4 unterstützt die schöne videoszene ist nicht was ich echt sehr scheiße finde und sehr schade deswegen werde ich es jetzt so aufnehmen die videoszene kommt natürlich drauf und das macht alles kein problem es ist so wir waren jetzt bei beim verheißenen land und da war jetzt sefirot und jetzt kommt grad sefirot und will iris mit der katana töten schaut her so iris schaut noch cloud schön in die augen im letzten part hatten sie ja gesagt gehabt dass sie vielleicht ein gutes pärchen abgeben bei cfc das ist aber jetzt nicht mehr der fall jetzt passiert nämlich das hier und das war's sefirot hat ihr es mit der katana getötet und cloud war direkt davor gestanden und sieht dabei zu wie sie stirbt das ist schon heftig das heißt wir müssen das spiel weiter spielen um sefirot böse taten zu erledigen er hat nämlich vor dem planeten zu zerstören und das dorf nibbelheim hat er auch damals in flammen gebracht also er hat eine stadt zerstört er hat die beste freundin von cloud getötet und und ähm jetzt will er den planeten noch zerstören das müssen wir verhindern und er geht zur stadt zur stadt und tötet einfach menschen nur dass die mako energie den planeten absorbieren was wiederum gut ist aber natürlich sollen die menschen dafür nicht sterben und das müssten wir nicht jetzt demnächst verhindern und das war's dann schon an der videoszene ok dann bis beim nächsten let's plane bis zum nächsten mal stefan nintendo ciao abone abone abone